Okay, gut, dann würde ich eine An-Mod machen. Machen Sie eine An-Mod. Ich nehme mal an, wir fliegen gleich irgendwo runter. Wahrscheinlich, ja. Du kannst ja kurz bevor er fertig geladen hat, mann, du siehst ja unten einen schönen Ladeball. Ja, ja. Klingt schon viel gelöst. Ähm, wunderschön... Ein wunderschön... Einen wunderschönen guten Abend an diesem herrlichen Montag. Wir spielen Battle-Ride-Royale. Wir heißt Krian und ich. Oh, wir haben auch erstmal eine Wartelobby. Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Random Shit mit dem Krian. Hi, Krian. Hallo, Jogi. Und wir spielen Battle-Ride-Royale. Ein, äh, MMO. Lass uns mal rausspringen und hier nach links gehen, dahin. Okay. Was heißt dahin? Ja, ich hab gedacht, ich kann irgendwie markieren. Ja, ich stehe, du bist ein blauer Punkt. Oh, da rechts ist noch wer. Oh, ich bin hier direkt beim Shop gelandet. Ja. Das bist du? Ja, das bist du. Los geht's. Angriff. Ein Battle-Royale-MMO, also, ja, so wie Dota, LOL oder ähnliches. Und man hat so verschiedene Champions, die verschiedene Dinge finden können und damit looten. Also wie LOL oder Dota. Ja, wie LOL oder Dota. Und ja, das ist jetzt auch Free-to-Play. Und ich glaube, man sieht einen nicht, wenn man in dem Gebüsch steht. Also wir müssen da aufpassen. Da bist du, äh, das ist aber so lustig aus. Ich bin ergeist. Das ist für alle erste Runde. Wir haben davon nur das Tutorial gemacht. Ich hab alle fertig gemacht. Ich auch, also, desto toll, ich hab die... Oh, links von uns ist schon die Map-Grenze. Ja, dann lass uns aber mal nach links gehen und gucken, ob wir da was looten können. Gibt's hier... Oh, hier ist was. Hab was? Oh, verdammt. Hier in dem Gebäude sind Dinge krieren. Ja, ich wollte mein Schaf... Mein Schaf holen. Uh. Mein E ist cool. Ähm. Also Gebäude kann man looten. Voller. Uh, ein R. Aber denk dran, neben uns ist direkt die Map, wenn du da rangehst, das kommt zu Schaden, gell? Äh, nee, nee. Noch nicht. Noch nicht? Nee, in 45 Sekunden. Oh, hier ist ein roter Orb. Den muss ich erst mal links shiften. Oh, da ist schon wieder ein Killing Speed. Toll krieren. Toll krieren. Warum haben wir das nicht? Weil wir scheiße sind. Ach so. Ja gut, darfst du. Ist jetzt... Oh, ich hab hier ein besseres E bekommen. Hier liegt noch eine E-Fähigkeit. Ja, ich... Ich werd hier mal ganz kurz dieses Ding hier freischalten. Schalte du mal dieses Ding frei. Ich hoffe, du hast deine Hacking-Skills. Ja, das ist... Bereit. Sehr gut. Ich prübe hier noch auf den Orb auf. Glücksschlüssel und was weiß ich. Ich hab ein Schaf-Medaillon. Ich hab ein Schaf. Nämlich auch. Mit ganz viele Fähigkeiten. Ja, wir haben, wie gesagt, nur das Ding gespielt. Oh, wir müssen hier raus. Kommt die Zone oder was? Denk ich mal, weil in 1.16 geht's weiter. Also würde ich gern mindestens eine Person sehen, dass wir direkt sterben. Ach so, ja gut. Ich würd ja sagen, spring von irgendeinem Hoden. Ah, das bist du. Alter, Digga. Truhen erscheinen in diesem Gebiet in 30 Sekunden. Hier ist was zum Heilen. Dann lass doch mal hier rechts unter uns... Kann ich irgendwie pingen? Nein, kann ich nicht. Zu der grünen Flasche gehen. Schimmernden Wälder? Genau. Rechts oberhalb der schimmernden Wälder würde ich ja mal hingehen, da erscheinen Truhen. Wieso reitest du nicht dein Pferd? Oh, hier ist was. Weil es Karotten kostet. Ach so. Also gehe ich zumindest mal von aus. Da vorne sind Gegner. Fight, Krian, fight. Nehm ich uns ein. Wee. Oh, der ist gut, der ist gut, der ist gut. Ja, ich bin schlechter. Ich bin tot. Aha. Ich wurde bezwungen, aber ich kann das Schaf entflüchten. Niemals. Ich bin ein Schaf. Nein, tut ihm Schaf. Ich bin weg. Oh mein Gott, wir werden sowas von... Wir sind so fertig. Ja, die hatten besseren Loot, glaube ich. Ich glaube einfach nur, dass die Skill haben. Das könnte natürlich auch sein. Ja, würde ich sagen, wir gehen direkt in die nächste Runde. Bis gleich. Bis gleich. Ja, wir sind wieder da. Nächste Runde. Oh, hier sind super viele Orbs. Also hier kommt... What the fuck. Hört schon an der First Blood. Hört schon an der First Blood. Und der ist gold jetzt nicht mit. Ja, da sind wir auf jeden Fall wieder. Mal gucken, ob wir diesmal weiterkommen. Ja, ich glaube, ich meine, der Trick ist ja immer nicht looten, sondern Gegner töten. Ähm. Ja, oder halt im Notfall auch Gegner töten. Typ, 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 typ. Ein Orbs. Double Kill. Hat er sich einfach mal ein Double Kill gegönnt. Das ist der Kriant. Hier haben wir mein Geld geklaut hat. Nee, das hast du vollkommen falsch gesehen. Achtung, das geht hoch. Ja. Du hast nochmal gegen gedrehten. Also seine eigentliche. Nee, hab ich nicht tatsächlich. Ich bin einfach weitergerannt. Hier ist ein Shop. Wenn du was kaufen willst. Wie? So Leben beispielsweise, sagst du? Zum Beispiel. Ich hab jetzt eine Schnitterklinge. Und wir sind sogar in der Zone. Nice. Ich nutze mal meinen einen Heiltrank. Du bist neben mir? Ja, du bist neben mir. Ja, ich bin da. Hallo. Ich hab mir in der Lobby schon meinen Heiltrank gekauft. War ja klar, dass ich damage bekomme. Ich hab irgendeinen anderen Trank. Irgendwas grünes. Du kriegst auch Gold einfach nur fürs Überleben, seh ich gerade. Nice. So, wollen wir Richtung Truhe aufbrechen? Das ist das letztes Mal über uns. Südlich von uns. Äh, nördlich von uns. Und das hatte ja letztes Mal so gut geklappt. Ah, diese grüner Stern, meinst du? Ja. Da werden Truhen spawnen. Ich weiß nicht, ob das so schlau ist, aber wir können uns auch verstecken. Du meinst so, wie das ist das so? Lass uns diesmal nochmal da hingehen und nächste Runde gucken wir, wie weit wir kommen mit verstecken. Da wird aber 100 pro einiges los sein. Ja. Okay. Denk dran, Gebüche kann natürlich wer drin sein. Oh, da war ein kleiner Leck. Hier ist nur eine rechte Maustaste Fähigkeit. Ich habe ja auch noch eine liegen. Die sind durchgestrichen. Die ist durchgestrichen. Die ist durchgestrichen. Ja, weil die blau ist. Und du kannst die dann immer enchanten auch, also mit Shift, dann kriegst du ein paar Punkte, Gold, keine Ahnung was. Interessant. So. Ich habe hinter uns was gehört. Echt? Es gibt ein neues Event. Oh mein Gott, ich war vollständig. Kommen neue Leute in die Kluft. Äh, in der Mitte. Was ist das? Siehst du den? Ich habe die Karte, ich habe die Karte eh auf relativ groß. Die ganze Zeit? Ja, das ist nicht zu viel. Ne, das ist krass. Das ist schon krass, ja. Das war bei mir aber eben die Standardeinstellung. Deswegen hat mich das gar nicht irritiert. Ich habe es jetzt mal gewechselt. Linksrum geht es zum Fallschirm? Ja, rechtsrum auch. Oh, das ist rot schon. Da links ist auch jemand gestorben. Links von uns kommen welche. Okay, ich bin im Gebüsch. Ich bin bereit. Zumindest höre ich da was. Da habe ich auch was gehört. Lass uns das angucken gehen. Sollen wir hier warten? Ja. Hinterhalt kreieren. Hinterhalt. Die Frage ist, wie gut sie uns sehen können. Ich glaube gar nicht, wenn wir im Gebüsch sind. Vielleicht gibt es ja auch irgendwas auf der Map, was man hören kann. Ich kann auch Steine werfen. Ich höre jetzt nichts mehr links von mir. Ja gut, dann lass uns weitergehen zum Fallschirm. Oder wollen wir mal gucken gehen? Ne, lass uns zum Fallschirm gehen. Da werden mehr Leute sein. Außerdem haben wir jetzt schon viereinhalb Minuten überlebt. Da rechts höre ich auch was. Ich auch, aber das hört sich nach Veit an. Ja, Veit. Haha, ich hab ihn angestochen. Oh, 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 oh. Die Ballern sind ziemlich heftig. No, 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 no. Los. Ah, Hilfe, Hilfe. Hey, das ist nicht gut. Die machen damage. Lucht, 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 lucht. Schnell. Oh, verdammt. Oh, Kryon, falsche Richtung. Kryon. ja ich habe ja in deine richtung und du bist dann wieder zurück im kampf ja weil ich wusste wo du bist mit welchen ich fürchte jetzt aktiv ich habe das akzeptiert ich kann hier ein pilz essen und diese pilze geben leben die großen was ist mit mir passiert todeswiederholung ist das normalen also fernkampf scheint wesentlich effektiver zu sein als nahkampf muss ich ja gestehen ja wenn du mal hinten kannst ja also klar muss schon treffen ist logisch aber wenn ich auf die zugehe dann treffen die mich meistens und schon du hast aber auch recht dass karotten und pferde wichtig sind also dass pferde karotten brauchen ja also weil unten bei den pferden wird also eine karotte angezeigt deswegen ich habe einen tendor zwingen kann ich ein bisschen zu bringen oder drüben sind ganz viele menschen gestorben so eine minute bis oder ist eine katze oder so gewesen ui ui nicht ui alter vater was geht hier ab was passiert hier das ding teleportiert sich in alle richtungen wo du fack hier sind auf platz 6 gelandet hey ich bin auch im gebäude hallo ja das bist du ja ich habe da gerade was anderes verstanden wir sind die sind hier drüben kommen auf ja 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 ui alter rauf da oh der hat nicht mehr viel der andere oder so ist weg oh er ist hinter mir er ist hinter mir ich brauche ein arschloch oh da ist der hat leben bekommen ok der taucht gleich wieder irgendwo auf er ist fast tot wo ist er hin oh er reitet weg hier gebe ich erstmal ganz kurz einen heilung bist du hin da wir müssen ihn hier in der ecke einkesseln ist er tot wer hat er das gemacht der hat wahrscheinlich eine fähigkeit ich trinke einen heiltrank hier in der mitte irgendwo der hat nicht mehr viel gehabt scheiße wir waren gut aber ich glaube hier laufen noch andere rumkehren ja hier bei mir ok bin auf dem weg bin auf dem weg der countert auf dem hier oben der ist fast down ha oder der kommt wieder zu dir du grüner wichser jawoll der macht wieder irgendwelche wow 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 oh von oben kommt auch was zogen genommen achten der hat nicht mehr viel hinter dir ich bin tot ja ich weiß haben wir was umgebracht ich glaube nicht ich weiß es nicht der eine war auf einmal weg aber ich glaube wow kriere was war das so mein ultimo alter kriere nein 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 ich bin gestumpt wir waren platz 11 ja das waren wir aber schon mal ja wir waren auch schon besser aber also besser in der position ich will noch eine runde spielen ich habe jetzt ein fernkampffeld da muss was gehen gut er hat nochmal der ist aber weit weg du bist schon runter ja wir sind doch im roten oder naja wir sind im blauen bist du dir sicher ja dann habe ich keine ahnung wo ich gerade hin bin rechts von uns im haus sind direkt welche drin hier geradeaus durchkommen welche ok let's go da ja ich bin tot bist du nicht krieren vielleicht doch der sache hat sinn gemacht direkt im fall zu suchen ja ich habe damit gemacht wir sind im blauen dann würde ich in den heruntergekommenen bergfried gehen ok jetzt weiß ich wo ja da sind wir wieder ja hinter uns sind übrigens noch zwei du bist schon raus ja wir sind ja hier jetzt bin ich bei dir bergfried ja da sind auch noch zwei dann sollen wir wegrennen oder sollen wir den fight suchen ich komme jetzt scheiß drauf ok wo sind die ich komme zu dir wir gehen auf den oberen erst der rennt hier oben schon weg und er haut ab ne er ist noch da er sammelt hier halt Zeug ein gerade der Drecksack ja das passt du hier her hier lang ist er und jetzt sind sie zu zweit ja oh shit oh shit ja ich bin tot das ist halt scheiße ok wo willst du hin willst du in die schimmernden wälder mir ist das gleich wo wir landen mit unserem blauen Drachen ok dann gehen wir mit unserem roten Fuchs Moment nein dann lass uns ein bisschen später abspringen wir können ja mal hier ganz oben in der Mitte rechts vom Ambossfall auf diese Stege drauf let's go let's go oh hier ist einiges ach ja da sind wir auch wieder wir kommen zurück keine Ahnung wieviel Runde aber die letzte ich glaub das ist jetzt die siebte oder so wie wir spielen zwei davon habt ihr bei mir zumindest nicht gesehen weil ich dachte mir wenn wir längere Ladezeiten als Spielzeiten haben hat sich das nicht wirklich gelohnt wir geht deswegen wir sind jetzt ein bisschen äh bisschen abseits unter oh ich hab eine Karotte gefunden irgendwer hat schon ein First Blood gemacht die Schweine ich hab Geld das ist gut krieren ich hab auch lauter Fähigkeiten also ich komm mit diesem Konzept das klicken zum rumlaufen ist nicht klar hier oben wäre ein Shop wenn du möchtest sowas nö ich ich wunsch gleich wasich mehr holen soll ich hab Q, E R und rechte maustasten Fähigkeit ich bin mir grad nicht sicher ob ich dich gehört habe oder jemand Anderen also hinter uns wurde aufjem Fall gekämpft aber da vorne sind auch schon einige Leute tot oh hier wurde gelootet das heißt hier werden leute sein immer wieder nur ja immer nach hause kommen da rechts sind hühner die können wir braten ich habe feuer macht ist doch gut dann wir können ja mal gucken ob wir hier über die brücke können vielleicht ist da was interessantes auf der anderen seite für uns ein reißender fluss auf jeden fall da ist glaube ich so ein teleport punkt kann es sein gibt es so was zieht auf jeden fall wie ein portal aus auf der map ja nur auf der anderen seite wird geschossen ich habe gerade geschossen ach so ist ein ob halt weg macht wo eine leertasten fähigkeit hier rechts ist anscheinend irgendwas da kommt die truhe in 30 sekunden hier war auch schon jemand ich will dieses teleport ding da eigentlich finden das kenne ich noch nicht versuchen wir das einfach mal das ist ein tele das teleporting genutzt ich würde sagen das nutzen wir nicht da kommt noch einer nutzen wir das oder wir benutzen ich bin tot ok ja ich bin tot ich werde festgemacht ich kann nichts machen ach macht dieses spieler spaß kann ich bei sowas über wände springen ich bin eingekesselt das ist nicht gut es sind die beiden zitulis gut ich würde sagen das war es mit battle right royal vielen dank fürs zusehen nächste woche montag kommt bei anderes wo wir vielleicht besser sind ja ist ein free to play spiel gibt es auf steam also wenn ihr bock habt schaut es euch an vielleicht ist ja was für euch habt eine gute woche haut rein und bei und tschüss